Hallo und willkommen auf dem YouTube-Channel von MS persönlich. Heute eine weitere Übung aus der Videoserie Sensormotorik und Kognition, auch wieder aus dem großen Thema Balance-Training. und Balance-Training ist für Menschen mit MS besonders interessant, weil es das Gangbild unterstützen kann, weil es einen sicheren Stand bedeuten kann und weil es auch die allgemeine Körperwahrnehmung verbessern kann. Dazu haben Anne und ich Ihnen eine Übung mitgebracht, die nennt sich Standwaage und die demonstrieren wir Ihnen jetzt. Wir tasten uns langsam an die Bewegung ran. Anne stellt sich auf einen Fuß und hebt das eine Bein an. Das muss man ausprobieren, auf welcher Seite das am besten gelingt. Das können Sie ausprobieren. Und wenn man die Arme zu Hilfe nimmt, dann ist das wesentlich leichter. Und wenn wir an den Satz denken, Balance ist nicht Stillstand, sondern ständige Bewegung, dann ist das positiv, weil Sie sollen sich ja bewegen und ausgleichen, damit das Nervensystem und das Muskelsystem kommunizieren lernen. So und das gelingt von Mal zu Mal besser. Wenn Sie das zwei bis dreimal die Woche trainieren, dann werden Sie feststellen, dass es mit jeder Übung, mit jeder Übungssession besser funktioniert. Wenn Sie sich an diese Übung gewöhnt haben, dann lässt auch dieses sich erweitern, indem Sie einen etwas schweren Gegenstand nehmen und die Standwaage mit einer Armbewegung ergänzen. Das heißt, wenn Sie einen sogenannten Ruderzug ausführen, werden Sie feststellen, das Ganze ist wieder eine ganz neue Herausforderung. Das Ganze ist nämlich wieder instabiler. Wenn Sie diese Übung fünf bis zehnmal in der Bewegung ausführen, ist das vollkommen ausreichend. Und wenn Sie das zwei bis dreimal pro Woche trainieren, dann haben Sie sicherlich ein gutes Ergebnis. Wenn Sie weitere Informationen zum Thema wünschen, dann besuchen Sie doch bitte unsere Website oder abonnieren Sie diesen YouTube-Channel. Wir danken fürs Zuschauen und wünschen viel Spaß beim Ausprobieren dieser Übung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.